Wenn dein kleiner Bruder wegen dir sein erstes Wort sagen kann. Wann kann unser Sohn endlich das erste Wort sprechen? Ich frag's mich auch. Ich hoffe so sehr, dass er bald was sagt. Mama, Mama. So wird das nichts. Du, lass jetzt einkaufen. Unser großer Sohn, Juhl, passt bestimmt in der Zeit auf ihn auf. Ja, okay. Sag ihm, wir sind in einer Stunde wieder da. Hier, Juhl, wir lassen deinen kleinen Bruder kurz bei dir. Wir sind gleich wieder da. Okay, aber euch ist klar, ich schau grad Videos, ne? Mach dir keine Sorgen. Lass ihn da einfach liegen. Und was gibt's so Neues? Wir sind wieder da. Und was habt ihr Schönes gemacht? Nie wieder. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Ich hab euch gewarnt.